Richard Lugner 91, bekannt für seine markante Persönlichkeit und seine spektakulären Auftritte in der österreichischen Bommisszene, hinterlässt ein bedeutendes Vermächtnis. Trotz der finanziellen Herausforderungen, mit denen er konfrontiert war, darunter Schulden in Höhe von 40 Millionen Euro, bewahrte er stets unerschütterlichen Optimismus. Ich arbeite, solange ich kann, betonte er im Interview mit heute noch vor einigen Monaten. Sein Engagement für die Lugner City, die er zusammen mit dem Bau einer Moschee als sein Lebenswerk betrachtete, blieb bis zu seinem letzten Tag ungebrochen. In den letzten Monaten vor seinem Tod durchlief Lugner eine entscheidende persönliche Veränderung, die standesamtliche Hochzeit mit Simone, 42, am 1. Juni markierte einen neuen Abschnitt in seinem Leben. Kurz nach der Trauung trat die 42-Jährige am 1. August ihre neue Position in der Lugner City an, als Chefin, wie Richard vor knapp zwei Wochen gegenüber heute beschrieb. Die ursprünglich für Oktober geplante kirchliche Hochzeit im Stephansdom konnte nicht mehr stattfinden. Erbe von Mörtel-Lugner, um welche Summe sich die hinterbliebenen Streiten. Richard Mörtel-Lugner verstarb im Alter von 91 Jahren und hinterlässt ein millionenschweres Vermögen. Aber eben auch Schulden aus Krediten. Wer wird nun erben? Wer ist die uneheliche Tochter? Warum änderte Lugner noch 2024 sein Testament? Streit scheint schon jetzt vorprogrammiert. Mörtel-Lugner schloss am 12. August 2024 für immer seine Augen. Was hinterlässt der Bauunternehmer? Vier Kinder, eine Ehefrau und ein millionenschweres Vermögen. Wie dieses nun aufgeteilt werden soll, birgt großes Konfliktpotenzial. Riesengroßes Gezerre, um welche Summe sich die hinterbliebenen Richard Lugners streiten. Das Gesamtvermögen des Bauunternehmers wird auf 250 Millionen Euro geschätzt. Ein Großteil dieses Geldes steckt in einer privaten Stiftung, die von Richard Lugners Söhnen Alexander, 61, und Andreas, 58, verwaltet wird. Doch auch Lugners uneheliche Tochter Nadine, 39, lebt in den USA, sowie seine jüngste Tochter Jacqueline, 30, die aus der Ehe mit Christina Mausel-Lugner hervorging, sind erbberechtigt. Zuletzt sprach Richard Lugner von 40 Millionen Euro Schulden aus Krediten. Das Verhältnis der vier Lugner-Kinder gilt als belastet. Eine enge Vertraute der Familie sagte deshalb gegenüber Bild, um das Erbe wird es ein riesengroßes Gezerre geben. Wer wird das Wohnrecht in der Villa haben? Wer bekommt was aus den Stiftungen? Die Immobilien sind auch nicht ohne. Christina Lugner wird mit allen Mitteln dafür kämpfen, dass Jacqueline, ihre gemeinsame Tochter mit Richard, so viel wie möglich bekommt. Punkt wenn ich sterbe, was Richard Lugner für Ehefrau Simone Reiländer vorgesehen hat. Im Juni 2024 war Richard Lugner ein sechstes und letztes Mal vor den Traualtar getreten. Für seine 42-jährige Ehefrau Simone Bienchen Reiländer veränderte er sein überholtes Testament und ließ über Bild verlauten, sie soll abgesichert sein, wenn ich mich mal verabschiede. Deshalb werde ich auch mein Testament überarbeiten. Denn wer bei mir lebt, wenn ich sterbe, soll auch entsprechend erben. Punkt offenbar erwartet Simone Reiländer eine monatliche Witwenrente von 5000 Euro. Darüber hinaus hat die Ehefrau des verstorbenen Bauunternehmers einen Anspruch auf einen Pflichtanteil des Erbes. Es wird schon jetzt vermutet, dass die Kinder von Richard Lugner versuchen werden, diesen möglichst klein zu halten. Ehefrauen, Opernball und Reichtümer, das bunte Leben des Richard Lugner. Der Tod des österreichischen Bauunternehmers Richard Mörtel Lugner erschüttert den Boulevard. Unvergessen bleiben die Auftritte des Wieners auf dem jährlichen Opernball sowie seine zahlreichen Liebschaften, die er mit tierischen Kosenamen bedachte. Es bleibt abzuwarten, wie lange sich die Verhandlungen um den Nachlass des Verstorbenen hinziehen werden. Untertitelung des ZDF für funk, 2017